Still gestanden, ihr Sägemeister. Hauptmann hier. Ah, Entschuldigung. Willkommen zurück zu einer neuen Folge. Hardspace Shipbreaker. Heavy Cargo. Hazard Waiting. Hi. Ach komm, die nehmen wir mit. Yes. Wir müssen Thruster unser Zeug klauen und einfach Work Orders erfüllen. In dem her. Okay, keine Grafikhälfer, das finde ich schon mal super. Okay, hätte ich gesagt, es geht mal los. Damit wir hier die Außenrandung und so abschneiden. Cargo Hedge wäre natürlich gefährlich, wenn wir die jetzt schon losschnibbeln. Mach mal den Schritt hier direkt mal los. Können wir gleich hier oben weitermachen. Damit auch. Gehen wir mal den Kollegen mal durch. Den Kollegen mal durch. Komm schon. Perfekt. Perfekt. So, den Kollegen. Perfektor Lucido. Ja gut, dann gehen wir hier mal ein wenig drunter unter das Schiff. Nicht das Schiff selber aufschnibbeln, dann haben wir ein Problem. Ja, den hier mal auf. Den spart mal auf. Und den spart mal auf. Ja, komm. Perfektor. Du kommst. Tatsächlich in den Prozessor. Nicht schlecht. Weg mit. Auch. So. Weg mit. Perfektor. Du kannst weg. Nach vorne runter sliden. Den Spaß hier. Komm. Perfekt. So, gut. Dann schnibbeln wir mal hier aus. Und mal weiter. Ich glaube, du hast dich gelegen. Perfekt. Komm schon. Komm schon. So, gut. Dann gehst du da mal rüber. Plopp. Du auch. Plopp. Plopp. Oh, kurze FPS-Eingrufe. Warum auch immer. Und rein da. Wenn wir hier sind, dann können wir gleich mal hier aufschneiden. An. Nano-Carbon. Perfekt. Mal den kompletten Block hier nehmen. Und rüber damit. Den da mal rein, den Haufen. Alter, was ist denn heute los mit der Performance von dem Game? Die ist voll... Keine Ahnung. V-Sinkt auch nicht richtig, obwohl es das eigentlich machen sollte. Ach, keine Ahnung. Wird schon schief gehen. So, dann ziehen wir den Spaß da mal runter. So, dann ziehen wir das hier mal noch kurz los. Falls wir da von hier aus überhaupt richtig rankommen. Ja, cool. Gehen wir mal. Perfekt. Perfekt. So. Nein. Wir brauchen es hier. Sonst rupfen wir nur die Platten einzeln ab. Und das macht ja auch keinen Sinn. Wenn man es gleich am Stück reinkeilen kann. Ohne Verlust. Gut, dann hätte ich gesagt, gehen wir mal rein. Dann müssen wir eigentlich in die Airlock rein. Machen wir da mal auf. Dann mal rein hier. Dann mal zu. Gut, hier gibt es Sauerstoff. Das ist nicht sehr schön. Atmosphäre-Graculator. Rischen nur. Hier. Perfekt. Heck, die sammeln wir gleich mal auf. Heck. The cities on Mars are perfect. Above. In orbit. You can see the planes. Nice big flat spots where we drop the heat shields on a perfect approach vector. And once a shield touches down, that's when the cities activate. Several kilometers out from the planes, in a beautiful little circle around the site, people emerge from their habs and head out to work the new heat shield, cutting up and harvesting the rock. Come here, I took... And make to it fast, real fast, sending those rocks off to Olympus. So another roid can come on down. I love the interlocking circles of these landing zones, like chain mail of industry and wealth across the face of Mars. Oh, perfect. Okay. Okay. Gut. Gut, dann lass ich mal eine Sektion Dach abschneiden. Müsst schon aufpassen, dass wir hier nicht diese Dinger sprengen. Mal die Lampen ab. Oh, blendet das, Alter. Na gut, weg mit. Weg mit. Und weg mit. Weg mit. Ich hoffe, hier brennt jetzt nichts. Ne, gut. Und weg mit. Gut. Dann können wir ja mal das komplette Dach abreißen. Aber wer du bist, hier Nanocarbon. Komm schon rüber. Auch Nanocarbon. Komm. Perfekt. Okay, wir nehmen mal Sauerstoff mit. Ja gut, dann kommt mal eine Bodenplatte raus. Bodenplatte hier. Bodenplatte hier. Und. Bodenplatte hier. Und. Bodenplatte hier. Und natürlich Bodenplatte. Einmal hier drüben. Ach nee, so ein Formal. Mal auch. Gepärkt geht. Dann. Bodenplatte hier drüben. Und. Bodenplatte hier drüben. Okay. Perfekt. Komm schon, komm schon. Hoch da, hoch da, hoch da. Komm. Und rüber mit dir, du Riesenbrocken. Und die nächste Bodenplatte vom Schiff raus. Komm schon, noch ein bisschen lose. Wann hängt denn hier noch? Valuable Object Process. Credits deposited. Hängen die noch irgendwo oder sind die einfach nur ein bisschen? Keine Ahnung. Nee, okay. So, na bitte, geht doch. Und rüber mit dir, Kollege. So, und hier unten. Die Scheiße kann man gleich mal rausziehen. Und in die Bart schmeißen. Mal da rüber. Und rein damit. Perfekt. Ja, ja, ist ja gut. Weaver ist ja gut. So. Lass bitte den Reaktor in Ruhe. Der Reaktor müsste jetzt überhaupt nicht sein. Einfach so. So, den Kollegen runterschicken. Perfekt. Den Kollegen runterschicken. Den Kollegen abreißen. Und runter damit. Den Kollegen runterschicken. Perfekt. Den Kollegen hier drüben abreißen. Und mal runterschicken. Au. Weg mit dir. Perfekt. Vielleicht verdammt gefährlich, diese ganzen Boxen da. Die können nämlich ultra einfach brennen. Machen wir uns mal an diese ganzen Lampen da. Lampe hier. Lampe hier. Lampe hier. Ja, komm. Das hängt nicht so blöd auf dem Motivpad fest. Lampe hier drüben. Perfekt. Lampe hier. Komm. Lampe hier. So, auch weg mit. Lampe hier. Lampe hier. Weg mit. Lampe hier. Hello, Konsole mal aus der Innenseite rausrumpfen. Haben wir schon. Gut, dann machen wir was jetzt blödes. Wir schnappen uns dieses Licht und schicken das runter. Ne, wir lassen das da mal drin. Nein, mal ist Cockpit los. Ich will hier auch an die Power Cell ran kommen. Dann hätte ich gerne ein paar Sachen aus dem Cockpit schon mal raus. Nämlich. Nämlich. Atmosphäre Regulator. Mit Kritik, ja, zwei Minuten reicht der noch. Runter damit. Komm schon. Komm schon. mit. Komm mal her. Komm du mal her, du. Komm mal auf. Auch mal ein Lichtchen da oben. Okay, wir gehen zurück. Wir gehen zurück, hätte ich gesagt, und hauen der Schicht mal ein Ende rein. Auch wenn uns das jetzt nirgends so hingereicht hat, aber was soll's. Ja, ich weiß, ich weiß. Schicht beenden, Schicht beenden, Schicht beenden. Yes. Das Problem ist nur immer, wenn man das Spiel komplett beendet, verschwinden die Schiffe jedes Mal wieder. Und das ist extrem nervig. Perfekt. Alter, the fuck. Warum ist das jetzt so teuer? Ah, Bait von Sport. Portation Fleece, okay. Ist aber im Normalfall nicht so teuer. Yes. Also, ach so, ja, stimmt. Ja, wir wollten, ich wollte Cut machen. Hehe, bis gleich. Wegtreten. Hauptmann out.